so leute ja dieses video habe ich lange geplant ich bin draußen ich möchte diese ein monat videos bringen von 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 21 11 bis 2 möglichkeiten monat videos bringen weil ich hab's halt gemerkt dass diese monat oder die schon die wochen schon erledigt ich kann das nicht ich kann halt diese monat stream einfach nicht kann jede tag an videos bringen ich muss hier hinsetzen aufnehmen das ist nicht youtube youtube ist spaß zu haben und nicht das hinsetzen und ja zwingen muss was aufzunehmen ich möchte spaß haben wieder ich habe in letzter zeit schon gemerkt dass ich kein spiel mehr spielen kann nur noch auf aufnehmen 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 und jetzt möchte ich sagen halt mit diesem video beende ich diese challenge weil es so ist weil ich einfach nicht mal individieren kann mich da die videos trotzdem weiter oben bleiben aber ja ich möchte spaß haben youtube besteht nur aus spaß a1 dieses musik ist schön ja aber ich möchte nur spaß haben auf youtube wenn der gammelhaus gerne weiter machen aber ich nicht ich auch keine vater sind nein ich bin draußen ich möchte halt nur spaß haben hier irgendwann in einer schiene rein dringen wenn du ganze tag montag bis freitag aufzunehmen qualität zu haben das passt nicht in ein tag rein ich möchte qualität bringen Gut, ich konnte auch, A, mich eh aus Spaß machen, aber nein, das ist nicht YouTube für mich. YouTube besteht für mich nur aus Spaß und Leidenschaft und Herzen. Ja. Deswegen, hör auf. Ich hör auf, diese Ein-Monat-Video von Montag bis Freitag. Ich war jetzt schon damals nicht zufrieden, diese hohen Gaming-Videos zu machen. Macht mir Spaß, aber ja, in letzter Zeit fand ich, Gaming-Videos sind zu viel auf meinem Kanal. Ich möchte auch was anderes machen auf meinem Kanal. Ja, deswegen bin ich mit diesem Schritt gegangen. Ja. Und dann kommt es ein Minecraft Let's Play. Let's Play ist das nicht. In Speed Art. Ich wollte Minecraft Leben machen. Ich mach das auch, weil ich Bock hab. Wenn Minecraft kommt, es kommt. Wenn Leute, die Minecraft nicht gucken, guckt die anderen Videos an. Ich möchte auch mehr so, was ich will, auf dem Kanal machen. Ein großes Thema, das Binder-Teilhaber-Gesetz. Ja, ich fang das wieder an. Ja. Aber nicht so viel wie früher, aber ich tue mein Bestes. Um meine Erfüllung und Spaß zu haben, mit euch zu teilen. Du weißt, ich beende diese Filme oder Wette mit Gaming-Ross. Das Video kommt heute noch an. Ich müsste es schnell aufnehmen, weil es so ist. Ich bin jetzt glücklich wieder, wenn ich sowas sage. Eine Schulter abfällt. Tut mir leid. Ich werde jetzt zur Zeit auch VWSL verlassen, was VWSL heißt. Das Buch, vielleicht manche schon vermisst sind. Das Buch hier, soll ich das wieder machen? Schreibt in die Kommentare, wenn das Buch hier weitermachen soll. Wenn ja, dann mach ich das auch. Ich hab darauf Lust, meine Aussprache zu verbessern. Und ja, mit diesem Video beende ich diese Challenge mit Gaming-Ross. Und ja, mir egal. Ich will Spaß haben mit YouTube und nicht Videos, Videos, Videos zu bringen. Ich mag euch alle. Wenn die sich dann keine 100 schaffen, trotzdem. Ihr seid die Besten. Ohne euch mach ich das nicht. Halt, doch. Wenn ihr null Abonnenten seid, mach ich das trotzdem. Weil mir das Spaß macht. Und ja, viele Hater, die mich gerne halten will, mach's. Ich geh aber auf Hater nicht ein. Ich weiß, dass ich annass bin. Ich weiß, dass ich annass bin. Das ist meine Community. Ich habe jetzt auch endlich eine freie Zeit für andere Videos. Und nicht immer Videos, Videos, Videos bringen. Die Musik ist im Video unten in der Beschreibung verlinkt. Ciao. Kommentiert mal fleißig. Ich hab jetzt ein Läger Gelände. Ich hab jetzt ein Läger Gelände.